Es war in vielerlei Hinsicht ein besonderes Spiel an diesem neunten Spieltag in der Regionalliga West. Rot-Weiß Oberhausen empfing die Fortuna aus Köln im heimischen Stadion Niederrhein. Nach zwölf Jahren mal wieder ein Duell zwischen diesen beiden Traditionsmannschaften. Viel wichtiger war an diesem Abend aber sicher wohl die Tatsache, dass der Fernsehsender Sport1 das Spiel live übertrug. Dementsprechend auch ein gewisser Fokus auf beide Mannschaften. Da schwebte bei dem einen oder anderen sicherlich ein wenig Nervosität mit. Fünf Minuten gespielt, erste Aktion der Hausherren. David Lohaider gewinnt das Kopfballduell gegen Cenk. Der Stürmer kommt wieder an den Ball. Dann der Hackentrick für Karoy Sidi, der stabil gegen Zinke. Lokmann kann klären, aber da kommt wieder Lohaider 1 zu 0 nach fünf Minuten wie schon gegen den FC. Drei Tage zuvor musste die Fortuna einen frühen Rückstand hinnehmen. Das musste die Mannschaft von Trainer Uwe Korschen dann erstmal verdauen. Der Chefcoach hatte seine Elf im Vergleich zum Spiel beim FC am Freitagabend nicht verändert. Und erst nach 30 Minuten wurden seine Spieler richtig gefährlich. Pagano an die Latte. Das war ein richtiger Wachmacher für alle 2200 Fans im Stadion, die bis dahin eher einen müden Montagabend-Kick von beiden Mannschaften gesehen hatten. Pagano aktuell, Fortunas Top-Torjäger mit sechs Saisontreffer. Das war aber der Auftakt zu einer guten Phase der Fortuna, die jetzt zielstrebiger und mutiger spielte. Zinke mit der Möglichkeit, der aufgerückte Linksverteidiger hier mit einem guten Versuch. Es war aber insgesamt zu wenig, was die Kölner nach dem Rückstand boten. Oberhausen musste nicht viel Aufwand betreiben in der Defensive und versuchte ihre Offensive immer schnell in Szene zu setzen. Fortunas Innenverteidigung unsortiert. Talaski für Sidi. Und der irakische Nationalspieler Fatsuk Karoy Sidi, auffälligster Akteur bei RWO in Halbzeit 1. Drei Minuten später, wieder ein einfacher Ballverlust bei den Kölnern und Oberhausen schaltete schnell um. Ken Aceda mit dem Pass für den schnellen Sidi, der wieder auf und davon. Aber Poggenburg macht sich groß, baut sich auf und verhindert so das frühzeitige 0 zu 2. Machst du deine Chancen vorne nicht rein, darfst du dich nicht beschweren, wenn es hinten klingelt. Ein Djeng und der mit dem perfekten Kopfball aus 16 Metern. Da war sie dann, diese Qualität nach Standards bereits. Das sechste Tor für die Fortuna nach einem ruhenden Ball in dieser Saison. Für Dominik Nscheng war es der zweite Saisontreffer, nachdem er bereits in Felbert getroffen hatte. Übrigens Vorbereiter auch da Christian Posbigil. Standards waren auch zunächst in Halbzeit 2 das Mittel, was die Fortuna brauchte, um in Tornähe zu kommen. Wieder ein Djeng beteiligt, der aber anschließend stark gelb-rot gefährdet runter musste. Für ihn kam Erik Schaaf. Wieder ein runder Ball, Michael Léjean. Die RWO-Abwehr alles andere als souverän schaffte es aber irgendwie, den Ball vom Tor von Schlussmann-Hettekurfen fernzuhalten. Die Oberhausener Abwehr ja aktuell die Schießbude der Liga mit 19 Gegentoren nach 9. Das Spielniveau war schwach über die gesamten 90 Minuten. Vor allem die Fortuna ließ die Spritzigkeit der vergangenen Siege gegen den 1. FC Köln und den MSV Duisburg vermissen. Selten wurde schnell und direkt kombiniert. Man profitierte mehr von den wenigen Fehlern der RWO-Defensive. Montabell kann sich hier mal durchsetzen gegen die beiden Innenverteidiger. Pagano, aber auch die Zielstrebigkeit scheint dem Italiener erst mal abhandengekommen zu sein. Das Spiel plätscherte mehr und mehr dahin. Die Fortuna wieder mit viel Ballbesitz über die gesamte Spiellänge, aber mit wenig Ideen. Die sind auch mal zählbar zu nutzen. Lucas Notbeck, die einzige nennenswerte Offensivaktion vom Fortuna-Kapitän an diesem Abend. Und dann kommt es, wie es kommen musste. Als sich alle auf ein Unentschieden eingestellt hatten, kam nochmal RWO Poggenburg kann diesen Ball nicht festhalten. Nowak sagt Danke. Das 2 zu 1 für Oberhausen in der 88. Minute. Dümmer hätte es für die Fortuna nicht laufen können. Ein 1 zu 1 wäre am Ende leistungsgerecht gewesen. So freut sich Oberhausen über diesen unerwarteten Dreier. Die Fortuna kassiert ihre zweite Saison in der Lage und ist gefordert, am Samstag gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf wieder zu punkten.